Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Stört euch nicht an meinen Haaren, ich habe die gerade erst gewaschen. Wir haben den 1. November, ich hoffe ihr da draußen habt Halloween ziemlich gut überstanden. Wir wissen doch alle, was der erste jeden Monat bedeutet und zwar einen DM-Livefall und den wird es auch heute geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich fange heute mal bei den Masken an und bei den Masken darf auf jeden Fall was mitkommen. Zum einen oder zweimal diese Balea Maske Fruity Chocolate, genau jeder Haut, ist halt eine Limited Edition. Eine neue Limited Edition kostet, ich denke mal 40 Cent. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch nochmal was Neues. Und zwar haben wir hier Sweet Vanilla Maske, jeder Haut, reichhaltige, verwöhnende Pflege mit Vanilleduft und Mandelöl entspannt. Und davon nehme ich dann auch nochmal zwei Stück mit. Ne, nicht drei, zwei. Duschgel darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ich weiß nur nicht, was ich mitnehmen soll. Auf jeden Fall irgendwas von Balea. Wir haben hier gerade eins mit so einem richtig coolen Waschbett drauf. Aber das steht mit zartem, blumigem Duft. Da hinten haben wir irgendwas mit Vanille. Cozy Dream, duftet nach Vanille und einem Hauch von Cashmere. Das finde ich ja richtig, richtig geil und zwar mit verwöhnendem Duft. Wie soll sowas riechen? Denn ich glaube, ich nehme jetzt einfach zweimal von den Vanilledingern mit. Oder lasse ich das hier sein und kaufe bei Rossmann. Da gibt es momentan bessere Sorten. Ne, wisst ihr was, Leute? Ich lasse das mal. Ich kaufe das bei Rossmann irgendwie. Irgendwie ist das nicht das Wahre. Und wenn das nicht das Wahre ist, ist es nicht das Richtige. Ich wollte jetzt gerne nochmal Pflegecreme kaufen, gleich zweimal. Denn ich mache ja gerade noch nebenbei Adventskalender und kaufe dafür sehr, sehr viel ein. Wir haben hier einmal zur Auswahl das hier mit dem magischen Duft nach Feenstaub. Und wir haben hier einmal Pflegecreme Make-A-Wish. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einmal so eine mitnehmen werde. Und jetzt mal hier ein zweites. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand dann was Offenes hat. Genau, für jeweils 95. Es zeigt übrigens, dass es auch neu ist. Und zwar Körperbutter für sehr trockene Haut mit Takaobutter und dem Duft nach Beeren. Dann wollte ich mir gerne noch eine Bodylotion mitnehmen. Beziehungsweise nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, ich mache gerade derzeit sehr, sehr viel für Körbe und so weiter und so fort. Ich kaufe sehr viel. Deswegen werde ich auf November, glaube ich, sehr viele Hauls sehen. Balea Bodylotion Make-A-Wish. Jede Haut. Genau, kostet 1,25 Euro. Hat das früher weniger gekostet? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das nehmen wir mal mit. Das Ganze gibt es ja auch nochmal in diesem Life Is Fairytale oder sowas. Dann dieses Parfum Bodylotion und hier nochmal Parfum Bodylotion. Das Lederne gibt es leider nicht mehr. Aber das hat so gut gerochen, Leute. Ja, da bleibt es hierbei. Dann wollte ich gerne eine Handcreme mitnehmen. Ich habe nur ehrlich gesagt gar keine Ahnung welche, weil hier gibt es so, so viele Marken. Aber das hatte ich, glaube ich, schon letztes Jahr, also als Duschgill. Und ich fand das sehr gut. Deswegen nehme ich das mal mit. 1,95 Euro von Treckle Moon mit Scherebutter, Macadamia und Vanilleduft. Und ich finde, Handcreme im Winter, da kann man nichts verkehrt machen. Intensive Pflege für sehr trockene und trapazierte Hände hat, glaube ich, fast jeder im Winter. Bei der Kälte ehrlich. Und dann kann man auch noch die Heizung anmachen, weil da so teuer alles ist. Also Freen ist angesagt und trockene Hände wahrscheinlich auch. Deswegen kommt das mit. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich noch zweimal Parfum Body Lotion mit, für jeweils 95 Cent. Dann nehme ich zweimal dieses Liane mit. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe eins noch zu Hause. Ich liebe das, Leute schnuppert da einfach mal dran. Das riecht so unglaublich gut. Das ist Favorite No. 2. Und das hier ist so, keine Ahnung, ich habe es mal gekauft gehabt. Dann habe ich das Verschenk gehabt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es reingelegt habe. Ich glaube, in irgendeine Verlosung oder sowas. Noch als kleines Extra. Seitdem habe ich mir das irgendwie nicht mehr nachgekauft gehabt. Und keine Ahnung, ich kann nicht sagen, ob das gut riecht. Aber ich weiß halt noch vor Corona-Zeit, dass das hier einfach bombastisch riecht. Und genau, deswegen packen wir das auch nochmal mit rein. Dann nehme ich nochmal Badeperlen mit oder Badepuder oder was auch immer es hier nicht alles gibt. Und da habe ich mich jetzt für Balea entschieden. Wir haben hier einmal Deine Auszeit. Erhol dich. Dann Make-A-Wish-Badesalz. Das ist, glaube ich, auch neu. Badeperlen, das riecht richtig, richtig gut. Badesalz für dich haben wir hier. Das habe ich auch, glaube ich, für die Verlosung gekauft gehabt. Kostet 55 Cent. Aber ich nehme mal Deine Auszeit für 55 Cent mit. Oder soll ich nochmal Make-A-Wish mitnehmen? Ich nehme mal Deine Auszeit mit. Ich brauche neue Feuchttücher für meine Tasche. Und dann nehme ich sehr, sehr gerne die hier mit. Und die sind teurer geworden. 24.10.2022. Die kosten jetzt 75 Cent statt 55 Cent. Oder? Feuchttücher. Hier sind auch Sensitive. Die kosten weiterhin 55 Cent. Hier sind aber 20, glaube ich, drinne. Ach, scheiß drauf. Ich nehme einfach die mit. Ich wollte jetzt nochmal meine liebsten Feuchttücher nachkaufen. Und zwar von Balea. Softe Reinigungstücher Make-A-Wish 5 in 1. Ja, liebe ich. Riechen einfach so unglaublich toll. Von 95 Cent kann man nicht meckern. Ich finde, es passt einfach auf meinem Gesicht perfekt. Ich kriege keine Rötungen, keinen Ausschlag oder irgendwie sowas. Natürlich sind die BB unschlagbar. Aber die kosten mittlerweile auch 2,45 Euro, falls ihr das sehen könnt. Ein bisschen zu teuer. Da bekommt ihr aber auch wirklich nicht wasserfestes Make-Up. Also sowas wie Mascara, was nicht wasserfest ist. Richtig gut ab und sehr einfach ab. Das klappt ja zum Beispiel mit denen hier nicht. Aber ja, ich schmink mich ja mit meinen Wimpern jetzt gesondert ab. Zum Beispiel mit diesem Maybelline New York Augen Make-Up in Perla, was ich unglaublich liebe. Kostet 2,75 Euro. Dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Lippenpflegestift mit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Make-A-Wish wieder mitnehme für 65 Cent. Oder Lippenpflege. I love you cherry much. Ich finde Kirsche einfach so unglaublich gut. Und wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach Kirsche mit. Das riecht zwar auch sehr, sehr, sehr gut, aber Kirsche hat mich da ein bisschen mehr überzeugt. Ansonsten gibt es hier gerade nicht viel Neues. Es gibt hier von BeRoutine irgendwas. Lippenpflege und da oben halt was für die Lippen. Von Balea für 75 Cent. Aber das kommt dann jetzt auch mit. Ich habe voll vergessen, dass meine Mutter noch was haben wollte. Und zwar wollte die... Wo sind die jetzt? Bin ich doof? Ach, hier unten. Und zwar von Schäben ist diese Augen- und Lippenmaske. Q10. Richtig, richtig gut kosten. Auch nur 50 Cent. Und hier ist irgendwie ein Haar. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Aber ja, kann ja passieren. Ich nehme davon jetzt mal drei Stück mit. Dann reicht das für sie auf jeden Fall auch eine Weile. Und ich nehme für mich nochmal diese Hydrogel-Augenpads mit für 75 Cent. Also die hier. Leute, das waren jetzt noch die letzten zwei Packungen im Regal. Da ist gerade eine Mitarbeiterin. Deswegen bin ich ein Stück zur Seite gegangen. Und zwar DM Bio Winternudeln. Ich habe da jetzt zwei Packungen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die nochmal aufgefüllt werden oder nicht. Ich denke mal schon. Trotzdem, ich musste die einfach haben. Für 95 Cent kann man nicht meckern. Und ich finde die einfach so unglaublich süß. Und da habe ich direkt die letzten zwei Packungen mitgenommen. Ja, ich hoffe, die schmecken auch. Ich bin jetzt hier in diesem... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Saubeerstand? DM Saubeer... Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da habe ich jetzt unten das hier entdeckt. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Wir gucken mal. 95 Cent. Und zwar sind das solche Badeperlen mit milder Rezeptur. Genau. Sanft zur zarten Kinderhaut. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Das kommt einmal mit. Hier mit so einem Weihnachtsmützchen finde ich sehr schön. Hier haben wir auch irgendwelche Figuren für die Badewanne. Ich glaube, das... Was soll das sein? Soll das ein Waschbeer sein? Keine Ahnung. Ich glaube, hier haben wir einen Fuchs oder sowas. Hier haben wir auch eine Ente. Aber ich glaube, die gehört da nicht hin. Hier gibt es auf jeden Fall noch einiges mehr. Hier zum Beispiel magisches Zaubertuch. Ich weiß zwar nicht, was man damit machen soll. Ich habe es mal weggeschmissen. Deswegen finde ich das so ein bisschen unnötig. Hier gibt es noch so ein bisschen anderes. Bade Sternchen gibt es hier. Die kosten 75 Cent. Also einiges. Ich habe jetzt hier solche Fruchtschnitten entdeckt. Und ich fand die Sorten hier ganz cool. Zum einen haben wir hier Apfel, Banane. Süße, nur aus Früchten. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch... Das finde ich auch ganz gut. Unsere Banane, Apfel in Kirsche. Gibt es hier noch irgendwas in Mango vielleicht? Ah, Apfel, Mango haben wir hier. Wisst ihr was? Dann nehme ich einmal das hier mit. Dann Apfel, Bananen nehme ich mit. Und einmal... Moment. Banane, Apfel, Kirsche für jeweils 45 Cent. Bei den Querties bin ich jetzt auch angekommen, Leute. Ich nehme jetzt zum einen Erdbeer und Heidelbeerenapfel mit für 55 Cent ab einem Jahr. Und dann nehme ich hier nochmal... Wo habe ich das gehabt? Apfel, Mango in Pfirsich mit Hafer auch für 55 Cent. Und dann nehme ich hier nochmal Birne, Erdbeere in Apfel mit. Ich könnte die selbst alle wegessen. Das kostet allerdings 75 Cent. Genau, das ist dann von DM Bio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal, wie süß die Taschentücher hier einfach sind. Die kosten 2,95 Euro in so einem XXL-Pack. Mit so einem Schneemann haben wir hier mit so einem Häschenfuchs. Einfach so unglaublich süß. Ich hätte die sofort mitgenommen. Hätte ich nicht gerade erst bei Müller welche gekauft gehabt. Aber niedlich, Leute. Binden brauche ich jetzt auch nochmal neue. Und da nehme ich einmal Tier mit. Moment, Leute. Ich muss hier hinten mal ins Regal kriechen. Und zwar die Yessa Active Shade Night Dinger für 95 Cent. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Für die Nacht sind die super, super, super tagnehmiger Tampons. Aber für die Nacht sind die wirklich sehr gut. Schutz vor Gerüchen. Kann ich nur bestätigen. Bei Turn It Up ist so einiges neu. Zum einen haben wir hier Wonderskin Cream to Powder Foundation 2 in 1. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Was gibt es hier sonst noch? Multistick haben wir da unten. Ich glaube, das ist so ein Blush. Ja. So als Stiftform. Dann haben wir hier ein bisschen was für die Augenbrauen neu. Wir haben hier ein paar Mascara haben wir hier neu. Wie man sehen kann. Dann sind auf jeden Fall ein paar neue Lip Liner dazu gekommen. Die ich richtig toll finde. Auch von der Farbe her. Zum Beispiel haben wir jetzt hier auch vermehrt so dunkleres. Und die haben jetzt auch ein neues Design. Kosten 1,75 Euro. Hier haben wir welche für 95 Cent. Das ist dann halt so ein ganz normaler Stift. Dann sind die auch noch neu dazu gekommen. So Matt Lipstick für 2,75 Euro. Ich habe jetzt immer gedacht, dass ich einmal so einen Lippenstiftchen mitnehme. In Matt, Leute. In der Nummer 487. In unserem wunderschönen dunklen Ton. In seinem sehr, sehr dunklen Lidaton. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Kosten 1,95 Euro. Kann ich euch wirklich so krass empfehlen. Und dazu bräuchte ich jetzt eigentlich einen passenden Lip Liner. Aber wie ich sehen kann, gibt es den nicht. Leider nur hell. Ja, dann halt ohne Lip Liner. Schade Schokolade. Irgendwie geht das auch alles so ziemlich in die gleiche Richtung, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier wäre der, der da gepasst hätte. Aber der ist der nicht. Im Leben ist das nicht das. Naja, ist jetzt halt so. Dann kommt halt nur dann ein Schiff mit. Und Augenpads dürfen definitiv nicht fehlen. Und ich habe mir jetzt die hier wieder von Ebelie Nature mitgenommen. Für 95 Cent. Ich habe hier eine Packung bei Müller gekauft gehabt. Und jetzt kaufe ich halt die zweite Packung hier bei dm. Genau, ich mag die sehr, sehr gerne. Kann darauf schwören. Ich liebe die. Leider, wie gesagt, ein bisschen verändert. Neuerdings, ich mag die trotzdem gerne. Und für mich sind das immer noch die Besten aus den Drogeriemärkten. Sei es von Rossmann, sei es von Müller. Okay, von Müller kann ich noch nicht viel zu sagen. Da habe ich die einen noch nicht getestet. Da habe ich nur die von Terra Natura oder wie auch immer das Ganze heißt getestet. Die mochte ich nicht so gerne. Aber vielleicht ist ja die andere Eigenmarke, wie auch immer die jetzt heißt von Müller, auch gut. Dazu sage ich jetzt nichts. Auf jeden Fall noch die Besten, die ich gefunden habe. Sagen wir mal so. Hier jetzt bei Ebelin angekommen. Übrigens haben die neue Nagellackentferner mit verschiedenen Duftsorten. Zum Beispiel haben wir hier gerade Aprikose. Aprikosenkernöl haben wir hier. Da hinten haben wir irgendwas mit Aloe Vera. Hier irgendwas mit Blumen. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine Menge. Hier haben wir dann Nagelfallen, ganz viele. Und Leute, warum? Ich wollte jetzt gerne so ein Ebelin Make-up-Ei mitnehmen, aber ist ausverkauft. Mann, Leute. Immer wenn ich etwas brauche, haben die das nicht. Hat eigentlich irgendjemand von euch schon dieses Make-up-Ei-Ding hier? Braucht man das? Ich schmeiße meins einfach immer in die Kosmetiktasche. Hat jemand sowas? Wie findet ihr das? Kostet, ich glaube, 2,45 Euro Ebelin Make-up-Ei-Halterung. Ja, weiß ich nicht. Okay, ich bin hier fündig geworden. Ich wollte mal beim Balea Trocken-Shampoo mal nachschauen. Zum einen wegen dem hier 6 in 1 Trocken-Shampoo. Das hat mir eine Followerin empfohlen. Sie hat gesagt, alles andere bringt nichts. Aber das soll wohl sehr, 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 sehr gut sein. Ich habe noch was, deswegen kaufe ich das jetzt nicht. Aber beim nächsten Mal. Und was ich jetzt gerade auch noch in den Fokus genommen habe, ist von Tuff. Das habe ich auch von der Zuschauerin empfohlen bekommen. Ja, genau das gibt es jetzt leider nicht. Und zwar dieses Trocken-Shampoo hier. Vielleicht bin ich da bei Rossmann fündig. Weil das ist das nächste, was ich testen möchte. Das werde ich mir dann bei Rossmann kaufen, wenn die das haben. Ich bin der Meinung, ich habe das da gesehen. Und dann als nächstes das von Balea. Mal gucken. Ich habe das von euch empfohlen bekommen. Alles auf einmal will ich jetzt auch nicht kaufen. Aber nach und nach auf jeden Fall. Hier oben haben wir übrigens was Neues von Pateen Pro Vieh oder wie auch immer das Ganze heißt. Hier alles neu und 6,95 Euro nicht gerade günstig. Das finde ich so unglaublich süß zum Verschenken. Also falls jemand von euch noch keine Idee hat. Ja, vielleicht von einer Freundin oder irgendwie sowas. Leute, so toll Handcreme haben wir hier. Wir haben hier Bodylotion und Duschgel. Chiming oder sowas mit Alatuin und Panthenol. Finde ich halt einfach so süß. You're so chiming. Für 4,95 Euro. Rechtlich, rechtlich süß. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal so ein Schauergel für 2,95 Euro. Was haben wir hier? Auch ein Schauergel. Hand Nail Cream. Und hier haben wir glaube ich... Ist das eine Handcreme? Als ob das eine Handcreme ist. Penguin. Geschenk ist Handcreme. Keine Ahnung. Aber sieht süß aus. Mein Rasierschaum ist leer. Und ich habe nur noch eine Packung als Backup. Und da meine Mutter das jedes Mal von mir klaut, muss ich jetzt auf Reserve noch eins kaufen. Und ich habe mich hier für die neue Limited Edition entschieden. Rasierschaum Dahlia Dream mit dem Duft von Dahlia und roten Früchten für empfindliche Haut. Die kann ich das wirklich sehr empfehlen. Sei es das Rasiergel oder das Rasierschaum. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und bei 75 Cent, Leute, kann man nicht meckern. Schaut mal Leute, die haben hier so richtig tolle Sachen. Mehl und Puderzuckersieb. Dann hier zum Beispiel für Spekulatius. Damit ihr das Ganze selber machen könnt. Glaube ich für Spekulatius. Dann hier solche, ja, Auftragsdinger, keine Ahnung, Lebkuchenhaus-Ausstecher-Set. Also hier. Oder hier zum Beispiel sowas. Finde ich richtig, richtig schön. Hier haben wir sowas. Perfekt in so einer Dose. Meine lieben Schnutis, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über den Dach nach oben, über den Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall hier irgendwo das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst du in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss ihr Lieben.